Herzlich willkommen! Mein Name ist Aline und ich zeige Ihnen nun das Digitale Unterrichtsplus auf Alango. Dahinter verbirgt sich ein Zusatzprodukt zur digitalen Ausgabe eines Buches. Lassen Sie sich überraschen, was darin alles enthalten ist. Das Digitale Unterrichtsplus besteht aus dem Unterrichtshandbuch und weiteren Mediendateien wie Glossare oder Kopiervorlagen. Es ist ein Zusatzprodukt zur digitalen Ausgabe eines Buches und ist ausschließlich für Unterrichtende vorgesehen. Für die Nutzung muss zuvor eine Lizenz für die digitale Ausgabe eingelöst werden. Um das Digitale Unterrichtsplus zu erwerben, wählen Sie Ihr gewünschtes Buch auf Alango aus und scrollen Sie bis zur Lizenzansicht. Im Reiter Übersicht sehen Sie unter der digitalen Ausgabe das Digitale Unterrichtsplus. Klicken Sie hier auf Jetzt kaufen und Sie werden direkt auf unsere Website klett-sprachen.de geleitet. Legen Sie das Digitale Unterrichtsplus in den Warenkorb. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Mail, die den Lizenzschlüssel für Alango enthält. Schauen Sie auch in Ihrem Spamordner, sofern die Mail nicht zugestellt wird. Auf Alango wird der Lizenzschlüssel ebenso wie die Schlüssel für die digitale Ausgabe eingelöst. Um in das Unterrichtshandbuch zu kommen, wählen Sie auf Alango die digitale Ausgabe des Lehrwerks aus und klicken Sie auf den Button zum Unterrichtshandbuch. Das Unterrichtshandbuch öffnet sich nun in einem neuen Tab in Ihrem Browser kontextsensitiv. Das heißt, genau auf der Seite, auf der Sie sich auch in der digitalen Ausgabe befinden. Sie können nun über die beiden geöffneten Tabs hin- und herspringen. Alle weiteren Dokumente, die im Digitalen Unterrichtsplus enthalten sind, finden Sie direkt im Inhaltsverzeichnis der digitalen Ausgabe. Dort sortieren Sie sich zu den passenden Seiten ein und sind durch den Marker Unterrichtsplus gekennzeichnet. Wenn Sie eine Datei geöffnet haben, können Sie diese über das Symbol Pfeil nach unten als Druckversion öffnen und ausdrucken oder auf dem eigenen Rechner herunterladen und speichern. Das digitale Unterrichtsplus von Alango in Kombination mit Ihrer digitalen Ausgabe. Probieren Sie es direkt aus!